Weiß Gott! Einer gened. Wo ist der andere? Weiß nicht. Oh, das ist Dein Spikeball oder? oh man da ist noch holz erwarte ich gebe dir ein schilddrank aber wie cool die aussehen hast du auch schon die sehen so gut aus ich hab da einen typen angeschossen einer ist in meiner falle gestorben und der sein kumpel kommt hier rechts neben dem bauhaus baut sich hoch hier direkt vor mir er hat auch noch schild sie noch mehr schilder ja wie gut zwei fallen sind einfach so geil der sein kumpel nein aber ich mein generell halt da unten im haus ist noch einer im nordosten muss erst mal schilddränke nehmen schilddränke oder nicht mehr ich hab schon alle verbraucht wie gut ist das einer oder zwei okay das ist wahrscheinlich sein kumpel sein kumpel war ja hier ist ein medkit für dich ich hab wieder schüsse abbekommen sicher nee du hast keinen schaden genommen ich habe schüsse gehört die seit mir vorbeifliegen ich nehme die schüsse oh gott ich komme nicht raus ich habe mich erst mal gemütlich ich lauf weg ich kann nicht bauen weil ich hab nichts mehr zu bauen ja wieso bist du denn da warum rennst du weg hey rate mal man ey bleibt einfach da stehen mitten ja ich muss mich heilen ich dachte die eine sekunde dann hatte ich kein baumaterial mehr ach hier wir werden beschossen und wir haben eine dünne wand lassen wir hier bleiben da hast du deine tränke noch die du jetzt noch mal neu brauchst die border kommt hier ist noch eine sniper und nimm du die sniper ich hab die schildrenke genommen ich hab schon das mal ach so ja gut dann nicht oder ja doch macht sind so bleib stehen ach lol ich hab ja noch ein slurp juice lass noch einen nice nein ich hab den ja noch intus deswegen habe ich kein leben verloren ach ich hab auch gerade noch mal schüsse irgendwo gehört an mir vorbeifliegen wieder mal ja es gibt immer noch den bug denk ich mal aber das hörst du nur wenn du spektiertest nein schon seit dem 1.11 update hörst du das ständig ja ok danke bitte so jetzt will ich das mit der trap mal probieren wird das zu einer trap wenn ich das an die wand LOL das meinen die oh es wird eine stachel wand falle echt ja oh wie gut ich bin beim dritten versuch auch mal hier hoch gekommen ja man muss sich schon erstmal dran gewöhnen dass man erst Schildtränke nimmt und dann diese kleinen ähm ja andersrum erst die kleinen und dann die großen nein ach so doch ja ja das mein ich ähm im wald rechts neben den factories wurde grad was abgebaut oder gesprengt oder was auch mal direkt vor mir? äh ne am ende des waldes eher ja irgendwo ist ein drop-off gegangen oh dann war das das vor mir laufen welche die looten da gerade ja zwei mann einer auf dem container ja genau den meine ich ja ich hätte ihn snipen können stimmt ich hätte ihn nur snipen können aber warum schieß erstmal mit der Aja drauf weil ähm ja ja warte ich probier mal oh Junge baut sich da hin da baut sich einer hoch hinter uns hab einen hab einen hab beide ne hab doch nicht beide der war meint hab beide hinter uns kommen noch welche ne ja ich weiß ja ich weiß die hab ich auch schon gehittet aber wo sind die? ah da ja ich sehs einen hab ich gehittet gehabt ordentlich aber ich sehs nicht mehr wo sind sie hin die bauen da lass aber erstmal in die border kommen ja ja ist halt ein extra mit komm rein hier hinten hab schon selber was gebaut ok oder ne hä? ich stehs nicht ich stehs nicht so die kommen ja gleich dann wahrscheinlich hier raus da krieg ich den auf den Boden wo? ah ich seh die da hinten hab ihn aber der war nicht alleine ja es waren zwei ich treff ihn gar nicht ich hab auch keine ahnung wo sein Kumpel ist oh ok er ist an der border gestorben sein Kumpel ist wahrscheinlich auf dem Berg hier direkt in den B lass mal hin lass mal auf den Berg wenn du Material hast? ja für den Berg reicht's noch ich kann dir gleich auch eine goldene Bolt geben oh da hat einer gebaut da baut einer er ist oben auf dem Berg wie? der ist oben auf dem Berg? der ist hier oben grad gewesen siehst der auf dich? ja ich hab noch ein auf die border kommt ja hä? der war doch gerade hier auch ich hab zumindest das gebaute gesehen ich hab's runter geschossen mit einem Raketenwerfer habe ich auch keine Ahnung wo der ist also der Typ ja da vorne läuft der ist tot oh fuck da oben sind Leute wie vor uns? ja äh SSS ich spring da grad runter hab ihn getroffen der hat richtig wenig Leben ich baue mich doch auf dem Berg hier hier sind überall Steine irgendwo lebt noch ein Team also die zwei die wir grad gesehen haben auf jeden Fall ja und halt noch ein Team das andere Team sehe ich auch es ist ähm ist tot also der eine ist genockt er hat ne Headshot oh lol ich hab den nicht gesehen oh oh die schießen mich an ich hab den das andere Team hab ich einen genockt gehabt gerade aber ich bin erstmal zu dir gerannt die waren hinter dir bei dem Steinding siehst du das? da hab ich einen genockt die wollten nicht grad snipen pass auf hinter dir immer noch ok beide haben hier sind one hit oder so wo sind die einer ist tot oh god der andere hat mich gesniped der ist da bei dem Holzding dort naja die bauen sich da ein ich schieße ich schieße ne ne Rakete ne Rakete hin bam ok hinter uns sind nur noch Leute in Ende ja die haben dich auch grad schon angesniped hab ich gesehen die laufen grad nach links nach unten müssen Richtung Nordwesten laufen sie ich muss mich heilen hab ich gesehen nach da unten ja die müssen eh zu uns ne die müssen eh zu uns ne oh der ist da auf dem Berg direkt vor uns einer hat nen Headshot der andere ist direkt hinterm Baum hier vor uns mhm aua fuck off ich hab echt ganz schöne Probleme oh Junge wie viel haben wir die kein das ist doch echt nicht normal nein das ist noch einer isto hin he Bam. Easy. 14 Kills. Erste Runde mit Mini-Schilden. Oh, Junge.